Intonation erklärt an einem Satz, nicht die ganze Intonation, aber ich lese euch jetzt mal einen Satz mit zwei unterschiedlichen Melodien vor und ihr hört mal und entscheidet, welcher davon ein bisschen natürlicher klingt. Und Achtung, es ist nicht ganz so offensichtlich. Und welche Melodie klingt eurer Meinung nach besser? Die richtige Antwort kommt sofort nach dem Intro. Hallo, ich begrüße euch bei Fröhlich Deutsch. Ich weiß nicht, ob euch überhaupt jetzt ein sehr großer Unterschied aufgefallen ist, aber die natürlichere Satzmelodie wäre der Satz Nummer eins. Wir haben uns vorgenommen, ab sofort nach der Arbeit eine kleine Runde spazieren zu gehen. Wollen wir uns kurz anschauen, warum das so ist. Zunächst überlegen wir uns, welches Wort die stärkste Bedeutung im Satz trägt. Welche Informationen sind wichtig? Was möchte ich vermitteln? Dieses Wort oder diese Wörter werden entsprechend betont und tragen den Hauptakzent. In unserem Beispielsatz sind das vorgenommen und spazieren gehen. Und Achtung, nicht gehen, sondern spazieren wird betont. Nicht spazieren gehen, sondern spazieren gehen. Man kann mal testen, welche Wörter man im Prinzip weglassen könnte, um den Inhalt trotzdem zu verstehen, auch wenn wir dann einen ungrammatischen Satz haben. Aber, ja, wenn ich zum Beispiel sagen würde, haben Arbeit, dann hätten wir eine ganz andere Information, als wenn ich sage, vorgenommen spazieren. Auch das ist natürlich nicht zu 100% klar, aber es geht schon mal in eine Richtung, die wir ungefähr verstehen. Und daran sieht man auch schon, welche Wörter jetzt in dieser gesamten Aussage im Satz betont werden sollten. Woran erkennt man aber jetzt ganz genau, wie ein Wort akzentuiert werden muss? Genauer gesagt eine Silbe, denn eine Silbe trägt einen Hauptakzent. Zunächst einmal gebe ich mehr Intensität, also mehr Druck in diese Silbe. Ich sage sie lauter und kräftiger. Und gleichzeitig hat der Hauptakzent auch in der Regel den höchsten oder tiefsten Ton im Satz. Und das ist diese Melodie, die wir dann wahrnehmen oder das, was wir als Intonation bezeichnen. Im Wort vorgenommen ist die Silbe mit dem trennbaren Präfix vorakzentuiert und in spazieren liegt der Akzent auf zieh. Und nun hört noch einmal, wie hoch oder tief diese beiden Silben im Satz gesprochen werden im Vergleich zu den anderen Informationen. Wir haben uns vorgenommen, ab sofort nach der Arbeit eine kleine Runde spazieren zu gehen. Vor hat hier also den tiefsten Ton und zieh den höchsten Ton. Und das bedeutet, dass wir im ersten Teil des Satzes eine steigende Melodie haben und im zweiten Teil eine fallende Melodie. Und warum ist das so und nicht umgekehrt oder beide gleich? Der Satz besteht aus einem Hauptsatz und einem Nebensatz bzw. Infinitivsatz. Schriftlich erkennen wir das ganz gut am Komma. Wie klingt es also, wenn ich den Hauptsatz anders intoniere? Wir haben uns vorgenommen. Wir haben uns vorgenommen. Das klingt ein bisschen seltsam, weil man den Eindruck gewinnt, die Aussage sei hier schon beendet. Und man fragt sich, ja, schön, und was hast du dir vorgenommen? Ja, man merkt also, dass hier Intonation und Inhalt nicht zusammenpassen. Und wie klingt es nun, wenn ich den Infinitivsatz konträr intoniere? Ab sofort nach der Arbeit eine kleine Runde spazieren zu gehen. Ihr ahnt es schon, es klingt natürlich wie eine Frage oder zumindest so, als wäre die Aussage noch nicht beendet und es würden noch weitere Informationen folgen. Was jetzt noch wichtig zu verstehen ist, Deutsch ist eine sogenannte akzentzählende Sprache. Das bedeutet vereinfacht gesagt, dass wir keinen sehr regelmäßigen abwechselnden Rhythmus haben mit betonten und unbetonten Silben, sondern einige Silben den Hauptakzent tragen und besonders betont werden und der Rest so mehr oder weniger gleich klingt und etwas monoton gesprochen wird. Also wirklich jetzt einfach ausgedrückt. Hört mal im Vergleich, wie der Satz klingt, wenn ich ihn mit einem silbenzählenden Rhythmus sage. Wir haben uns vorgenommen, ab sofort nach der Arbeit eine kleine Runde spazieren zu gehen. Oder so ungefähr. Es ist wirklich schwer, das so zu sagen, weil das im Deutschen eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Aber wir halten mal eine kleine Faustregel fest. Wichtige Informationen werden akzentuiert. Die akzentuierten Silben tragen den tiefsten oder höchsten Ton, je nach Charakter der Aussage. Dementsprechend haben wir eine steigende oder fallende Melodie und der Rest klingt mehr oder weniger gleich und unbedeutend. Hören wir uns den Satz noch einmal ganz langsam an. Wir haben uns vorgenommen, ab sofort nach der Arbeit eine kleine Runde spazieren zu gehen. Und nun sage ich den Satz noch einmal so, wie ich ihn in der Realität sagen würde, und zwar mit einem schnellen Sprechtempo und auch mit reduzierten Silben. Wir haben uns vorgenommen, ab sofort nach der Arbeit eine kleine Runde spazieren zu gehen. Hier hört man schon ganz gut, dass das Verb spazieren in der gesamten Aussage am wichtigsten ist und die Silbe zieh deswegen den Hauptakzent in der gesamten Aussage trägt. Also spazieren ist hier noch wichtiger zu betonen als vorgenommen. Und abschließend gebe ich euch noch die Gelegenheit, den Satz einmal selbst nachzusprechen, und zwar in drei verschiedenen Geschwindigkeiten. Zuerst wieder ganz langsam, dann etwas moderat und schließlich in einem schnellen Sprechtempo. Wir haben uns vorgenommen, ab sofort nach der Arbeit eine kleine Runde spazieren zu gehen. Wir haben uns vorgenommen, ab sofort nach der Arbeit eine kleine Runde spazieren zu gehen. Wir haben uns vorgenommen, ab sofort nach der Arbeit eine kleine Runde spazieren zu gehen. Und wie hat es geklappt? An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass das jetzt nicht die einzige Möglichkeit ist, diesen Satz korrekt zu intonieren. Das hängt dann von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel auch vom individuellen Sprecher einfach. Aber trotzdem kann man sagen, dass der Satz ungefähr so klingen sollte. Und jetzt versucht es selbst einmal. Ihr seht jetzt gleich einen Satz und am besten drückt er dann auf Pause, damit ihr genug Zeit habt, euch den Satz anzuschauen und euch zu überlegen, wie er klingen sollte. Und dann versucht mal, den Satz entsprechend zu intonieren. Überlegt euch, was sind die Hauptinformationen, die ich vermitteln will? Was sind also die wichtigsten Wörter? Wo sind die Hauptakzente? Und sind diese Akzente eher dann hoch oder tief im Satz? Wie ist der Melodieverlauf? Und der Satz wird ungefähr von der Struktur her so ähnlich sein wie unser Beispielsatz, also nicht ganz so kompliziert. Und dann werdet ihr natürlich im Anschluss auch meinen Lösungsvorschlag hören. Ich möchte gerne wissen, wann bei Ihnen der nächste Deutschkurs beginnt. Ich möchte gerne wissen, wann bei Ihnen der nächste Deutschkurs beginnt. So, ich glaube, ganz so schwer war es nicht. Der Satz war ja in seiner Struktur relativ ähnlich zum vorherigen Beispielsatz. Was neu hinzukam, war jetzt hier im Nebensatz das Substantiv Deutschkurs, das im Vergleich zum Verb beginnt wichtiger war und deswegen akzentuiert werden sollte. Aber, ja, wie gesagt, es kann schon mal individuelle Abweichungen geben von, ja, von meinem Lösungsvorschlag. Aber so vom Prinzip her sollte es ungefähr so klingen, wie ihr das hier in dem Video gelernt habt. Ich hoffe, dass die beiden Beispielsätze euch dabei geholfen haben. Und, ja, am Samstag schon, also es ist nicht mehr viel Zeit, gebe ich wieder einen Workshop zum Thema Prosodie. Mit Prosodie ist nicht nur die Melodie und Akzentuierung gemeint, sondern auch der Rhythmus, die Pausen und das Sprechtempo unter anderem. Und wer sich da noch ganz schnell anmelden will, kann das natürlich gerne tun. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg beim Üben, schicke euch fröhliche Grüße und bis bald! 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 Bis bald!